Sachsen ist trauriger Vorreiter bei der Massentierhaltung. Zum Beispiel ist zwischen Chemnitz und Leipzig eine Ferkelmastanlage mit 14.000 Schweinen geplant. Das heißt Tierleid auf engstem Raum, billige Massenproduktion und hohe Belastung für Anwohner und Umwelt. Ich werde für eine artgerechte Tierhaltung kämpfen und ich setze mich für die Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft in Sachsen ein.